So, dann sind wir zurückgeklonkt, endlich mal wieder. Wir hatten riesig viel Spaß, wir hatten vorher schon einen Anlauf und haben es total verkackt. Dann hat sich das Spiel aufgehangen, hat das Spiel aufgehangen, genau. Und hatten eigentlich keinen Bock mehr, aber dann habe ich mal was ausprobiert und es kann wahrscheinlich auch anders funktionieren, weil wir haben die ganze Zeit versucht, unser Luftschiff nach oben zu bringen. Aber das brauchen wir gar nicht, weil hier oben der nächste Teil des Schädels schon ist. Das heißt, wozu brauchen wir dann das scheiß Luftschiff? Wir werden es jetzt ganz primitiv machen mit Lehmklumpen, das geht am schnellsten. Na Kevin? Feuer. Ja, okay, alles klar. Ich kaufe mal ganz viele Lehmklumpen. Geld haben wir noch genug. Was, die Eltern? Geld haben wir noch genug. Ich habe Eltern verstanden. Ja, du bist auch Eltern. Ich weiß. Ich finde, Vater und deine Mutti zugleich. Ja. Aber ich muss sagen. Okay. Mach ich hier mal alles dicht? Geil, mein Lobelang ist beim Blicken. Bist du gleich schon da, oder was? Ja. Nice. Nice, nice. Schön, schön. 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 Okay, so, jetzt habe ich hier schon mal gerade gemacht. Dann kannst du hier nicht mehr runterfallen. Ich fange hier schon mal an, nach oben zu bauen. Ich höre dich gerade. Ja. Ja. Sehr gut. Supergeil. Seht ich. Ja, ich sehe dich auch gerade da unten. Irgendwom rumfliegen. Kacke, das heißt Wind. Ja, nach rechts, ne? Ist schon kacke. Hm. Und ich sehe nicht dieses kack Ding. Ah, das ist... Ich baue schon mal nach oben. Weil ich habe eben außerhalb der... ...der Aufnahme habe ich ein bisschen rumgetestet, wie das denn anders geht. Und jetzt wissen wir, glaube ich, wie es funktionieren kann. Diese scheiß Missionen, die sind echt schwer, ne? Oh ja. Das ist echt zum Kotzen. Ja, okay, wir haben uns ja auch selber schwer gemacht, ne? Wenn man falsch abspeichert und dann können wir keine Aufzüge mehr bauen, eine Klonks mehr kaufen. Wir haben uns echt selber schwer gemacht. Oder den Zeppelin hier an sich hochkriegt. Ja. Das ist schon dumm, wenn man erstens nichts kann. Ich verarsche, ne? Guck mal, wo ich hänge. Ja, ich sehe es gerade. Und der Wind hat wieder gedreht, ne? Ja. Hörst du vor? Ja, ich bin gleich eh oben. Brauchst gar nicht hochkommen. Kannst schon mal unten warten, bis ich das Teil runterwerfe. So. Guck mal, jetzt sind wir gleich schon oben. Und wenn man oben ist, dann kann man auch das andere Stück der Statue endlich sehen. Oh, jetzt ist es aber perfekt, wa? Ja. Na? Na? Schnapp dir ein... Dingens und dann geht's ab. Warte, ich glaube... Gerade eben habe ich es so gemacht, dass ich... ...mich hier runtergegraben habe. Fuck. Warte mal. Warum? Und dann habe ich... Ich hab... Ja, dann können wir einen besseren Aufstieg. Dann brauchen wir nicht hier jetzt mal... ...die, äh... Kannst einfach immer senkrecht hoch machen. Ja, damit man hier durch dieses Loch hier durch kann. Ja, das klappt schon. Was machst du da? Ja, ich will irgendwie runterkommen. Aber ich hab doch eigentlich ein Leben klumpen. Oh Mann, ey. Die hat's geklappt. Was hat's geklappt? Die hat geklappt, oder? Ja, mein Bruder war das. Aber geht grad schlecht, ne? Also mitzocken. Ja, genau. Kann er uns helfen, geht's schneller. Schaffen wir es vielleicht. Alter, wehe. Ich bleib jetzt gleich nochmal hängen, ne? Ja. Und da oben ist Kristall, ne? Aber wir müssen uns nicht durch den Kristall wühlen, sondern... ...ähm... ...rechts daneben... Warte, ich muss es gleich mal zeigen, den Zuschauern. Also, das hier ist Kristall. Das ist Schnee. Und Schnee rutscht ja nach. Das heißt, wir können den einfach weggraben, den Schnee. Hammer, geil. Alter. Jetzt können wir sogar Metall gleich brauchen. Warum gehst du nicht hier hoch? Was hast du gemacht? Ein Bombewerkbaufen. Ist das ein Gang? Jetzt kommt man aber nicht mehr hier hoch. Achso, da bist du mal hochgegangen. Ups. Ach, scheiße, jetzt kommt man nicht mehr hoch. Na egal. Alles nervt das. Ah ja. Ja, genau. Werfen wir uns selber ab. Ich hab nicht gewusst, dass das ein Gang hier ist. Ja, den wollte ich ja machen. Damit kann man schneller da durch. Na egal. Kannst du mal ein paar Metallklumpen kaufen? Drei, vier. Scheiß auf das Geld jetzt, ey. Wenn wir das Teil gleich haben, dann... Werfen wir... Dann was? Dann gibts afschicken.de. Ja. Teil. Bringst du Metall mit? Hab ich, ja. Okay, ich auch. Ich hol jetzt zumindest eins. Ach, scheiße, ich kann ja gar nicht hin. Kevin macht's wieder umständlich. Ja. Du willst immer die Let's Plays in die Länge ziehen, sag ich dir. Ja. Hast echt so ein Händchen für, ne? Oh Mann, ey. Ja. So, okay. Jetzt können wir eigentlich durchgraben, ne? Dreck ganz oben ansetzen. Weil... Weil... Und jetzt rechts. Juhu. Da ist das Ding. Da ist dat Ding. Oh, da sind zwei wieder. Aber das ist ja der Fake. Ne, komm, eins reicht. Passt das hier durch? Oh, Leck. Wollen wir mich jetzt auf einmal so Lecks? Jo. Nein. Miss runter. Miss runter, die Pille. Ey. Hast du's? Ja. Unter wer? Oh. Oh Gott. So, wie machen wir das jetzt? Einfach runter damit. Komm schon. Das liegt ja gut, wa? Ich häng fäll. Wie der Stein am Kacken gewesen. Ah, geht doch. Lol. Nein. Was denn? Was denn? Bei uns hat diese Kummer Kuh. Ach, cool. Hier ist es. Ah, ja. Nein. Nein. Nein, nein. Nein, was machst du? Warte, du musst es wegsteuern. Ich muss den, äh... Heißluftballon und du musst jetzt das Ding hinwegnehmen. Komm her. Komm her. Krieg's hin. Komm, nein. Oh mein Gott. Mach den Heißluftballon weg. Ja, muss ich aber warten, bis der Wind... Hm? Ja, jetzt ist gut. Ich komme. Scheiße, ich häng' noch vielleicht. Oh mein Gott. Und jetzt? Da hängt das Teil gut. Loy. Warte, ich hol jetzt ne Bombe und spring' hier durch. Ja, okay. Häng mich da am Arsch, ey. Soll ich auch eine holen? Ja. Eine wird reichen. Okay. Dann abgeht's, na? Der Heißluftballon, der verabschiedet sich wieder. Der geht immer von allein nach unten, ne? Ja. Das ist immer voll der Parkplatz. Voll der Parkplatz ist das immer. Komm, schnell Bombe kaufen, Bombe kaufen, Bombe kaufen. Kauf zwei bitte direkt. Soll ich hier wieder zuwerfen? Ja. Werf mir die einfach zu, ich fang sie auf. Alter, manee. Komm schon. So, ich hab glaube ich noch nie so... So, das ist meins. Das ist deins. Und ab geht's. Juhu. Oh, ich will diese scheiß Mission entspäten. Ja. Tja. Guck mal, da ist das geile Luftschiff, das wir gar nicht brauchen. Das sind die doppelten Teile von der Statue. So, jetzt erstmal wieder hier hoch, ne? Schöße. Jawoll. Nein, ich nicht. Jawoll, ich bin oben. Oh mein Gott. Ich hoffe, dann ist es auch das letzte Stück, ne? Nicht, dass das Ding wirklich noch Ohren hat oder, oder, oder einen Hut auf. Keine Ahnung. Da krieg ich einen Affen, ey. Ja, ich auch. Wir hätten vielleicht mal nach hoch gucken sollen, ob da noch was... Die Zuschauer wissen das ja nicht, oder haben es ja nicht mitbekommen, dass wir am Verzweifeln waren. Okay. Aber sind wir eh immer... Ja. Ja, heute, morgen meine ich. Genau, heute, bei der anderen Aufnahme. Hm, das Luftschiff. Das Luftschiff, ey. Lass das Luftschiff holen. Denkst du da durch, lol? Wie mache ich das jetzt? Lol, wie kommen wir da jetzt ran? Keine Ahnung. Wie komme ich jetzt hier hoch? Keine Ahnung. So wie immer. Sind wir schon wieder am Ferien? Ja. Warte, hier ist ein Lehmklumpen. Ich glaube, mit einem Lehmklumpen können wir uns ein bisschen behelfen. Ähm. Supergeil. Hust. Bist du krank? Ja. Ich glaube auch. So. Warte, jetzt können wir es vielleicht anpacken. Nein. Ich finde, dass es noch mehr fällt. Schon geil, dass ich wieder festhänge. Nein, nicht, 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 nicht. Krapf.